Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmchen. Heute habe ich für euch von der Bravo Sport hier die Special Euro 2024 Zeitschrift kostet hier 5,90 Mega Fanpaket zur EM 100 Seiten Vorschau plus 2 Magitex Packs und Sticker Album So, was sich da drin verbirgt sehen wir nach dem Intro Das hier mal gegönnt. Ich habe das bei Hendrik Schuster gesehen Das habe ich mir direkt mal gegönnt. Da gab es nochmal die normale Bravo Sport Da wäre die Trading Cuts ein Päckchen gewesen Mal gucken. Entweder ruhig war das noch oder Ich lasse es Wir holen die Zeitschrift jetzt hier mal raus Müsste eigentlich ganz easy gehen So So Sticker Album Dann die Bravo Sport Special Edition Und dann haben wir hier noch das hier Warum? Hier steht zwei Magitex Packs Äh, warum habe ich hier drei? Drei Drei von denen Und ich habe dann hier noch Das hier Mit drei Karten Das wird wahrscheinlich so ein Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie das nochmal heißt Vielleicht weiß es einer von euch Ja Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal schnell in die Zeitschrift Also Sticker Album Müsste eigentlich jeder von euch kennen Das gibt es auch als Hardcover Also falls ihr euch das Hardcover holen wollt Geht mal auf Sticker Point oder geht auf Topps.de Ja Da wird ihr das schon finden Und dann gehen wir mal hier An die Zeitschrift Äh Wen haben wir denn hier alles? Simmons Bellingham Mbappé Und äh Wurz So zwei Mega Poster Plus sechs Team Poster Oh Spielplan Poster Und Chamal Musiala als Poster Yeah Hier sehe ich noch Wurz Ja Wir schrauben mal rein Topstars Auf Titelmission Alle 24 Teams im großen Check Packende Analyse Und Star Interviews Spannende Quizze Und coole Preise So Dann schauen wir mal Ah Hier wird schon für die Topps Magitex Serie hier geworben Die hier So Ja Hier seht ihr halt den Inhalt Warum mit coolem Style Äh ne warm Warm ab mit coolem Style Ich kann schon nicht mehr lesen So Technik Neuheiten Bier für euch Dann Bär statt Löwe Der EM Pokal geht auf Reisen Äh Wie viele Wie viele Sportarten kannst du mit Nintendo Switch Sports spielen? Boah Weiß ich selber nicht Hab ich nicht Ich kann auch nicht alles Äh Ähm Was haben wir hier Sommer Märchen 2.0 Ja Ich bin mal gespannt Wie weit die Deutschen kommen Ja Also ich hoffe Äh Äh Ich hab ja Einen Short Hochgeladen Deutschland Gegen Äh Bist jetzt blöd Ah ihr wisst ja Das erste EM Spiel Eröffnungsspiel Ähm Thomas Müller im Interview Es ist ein anderes Knistern Ok Ich denke mal Das wird auch die letzte EM sein Hier für Müller Ich weiß noch ganz ob er nominiert ist Keine Ahnung Auf jeden Fall ist Pavlevic nominiert Finde ich echt cool Ich hab auch hier das Scheck 24 Trikot an Ja Hinten steht jetzt Stürmi drauf Und die Nummer 7 Falls ihr das Short noch nicht gesehen habt Also das kommt vielleicht noch Heute Ich denke mal als erstes Kommt das zweite Gruppenspiel Gegen Ungarn Und Dann kommt dieses Video Und dann kommt ähm Der nächste Short Mit dem Update Zum Check 24 Trikot So dann gehen wir mal hier weiter Sonst äh Dauert das Video zu lange Heimvorteil nutzen Titelkandidat Jetzt schreiben die hier schon Titelkandidat Hm Okay Jamal Musiala Jamal mit Würz Das wärs Ähm Unsere X Faktoren Für die EM Titel Trümpfe Jetzt sehen wir Rüdiger Groß Und Äh Haberts So komme ich denn nie auf die Namen Manchmal habe ich echt Schwierigkeiten So dann haben wir hier Gruppe A Schweiz Ach ging Schottland Genau das war das erste Äh Short Auf Tiktok habe ich es natürlich auch hochgeladen Da ist es nicht so ausgerastet wie hier Auf YouTube Ich glaube aktuell mit 8000 noch was Äh Aufrufen Äh K.O. Runde ist Pflicht Okay Klare Mission Dann haben wir hier die Ungarn Keine Angst Ja Die haben ja auch ein paar Leute hier aus der Bundesliga Willi Orban zum Beispiel Peter Gulashi Wen haben wir denn hier noch Dominik Soposlay Andreas Schäfer Das hat mal irgendwas Planet Fußball Gehts weiter Wer wird Gold Gigant Ja Das ist die große Frage Vielleicht wird es Äh CR7 Mal schauen CR7 Die rote Furie ist zurück Spanien Spanien König als Titelkandidat Äh In Kauf nehmen Italien Weiß ich nicht Wen haben die denn so hier Donnarumma Ähm Manzini Bastoni Di Lorenzo Barrella Giorginio Ähm Di Marco Saniolo Chiesa Und Raspadori Mal schauen Wie war die kommen Die italiener Kroatien Mit Luka Modric Denken wir Das wird auch Die letzte EM werden Hier für ihn Wird Real Madrid Verlassen Haben wir den Vertrag Nicht Verlängert Was haben wir denn Hier Albanien Keine Ahnung Ich glaube die Kommen nicht So weit Aber Man soll nie Nie sagen Wir haben hier Rising Stars Die EM Der Youngster Oh hier Lamine Jamal Wen haben wir denn hier noch so Von England Mainu Oder Mainu Okay Dann haben wir hier Bakayoko Charly Simmons Ähm Galvini Oder wie er ausgesprochen wird Den haben wir denn hier Emery Florian Wirtz Ja Da gibt es einige Youngsters So hier England Erfolgsholing Löwen Die Wen haben die dann hier So Harry Kane Ja Phil Foden Jude Bellingham Saka Declan Rice Philips Walker Stones Gomez Julewell Und Pickwood Ja aber ich glaube Haben die schon Das Ich glaube die sind ja noch nicht alle Äh Nominiert Oder Das ist ja jetzt nur mal so eine Top 11 Die Deutschen die geben ja heute ihr Dings ihre Ihr Kader bekannt Es wurde ja so So nach und nach Paar Namen Ähm Veröffentlicht die schon Drinnen sind Im Kader Zur Gruppe C mit Dänemark Und Slowenien Haben wir denn noch Bis hier dann Serbien Ja auf den Titel Ja Frankreich könnte auch Ja Frankreich Äh Spanien England Vielleicht Eventuell Deutschland Muss ich mal abwarten Also wenn sie die Vorrunde Überstehen Sage ich Jo Könnten wir vielleicht Weiterkommen Wie weit weiß ich nicht So hier haben wir die Niederlande Die finde ich eigentlich auch nicht schlecht Mit Dürrück Ake Van Dijk Wie alt ist denn Van Dijk eigentlich 32 Hm Der könnte vielleicht noch eine EM spielen Äh WM In zwei Jahren Jetzt haben wir hier Österreich Österreich Ist doch David Alaba Was ist denn eigentlich mit David Alaba Ist der verletzt Ich weiß es gar nicht Glanz im Sturm Die Polen Mit Lewandowski Die haben eigentlich auch Gute Spieler Die Polen Hm Ein Knuckles Mann Den hätte ich gerne wieder In Bei Bayern gesehen Aber ja So hier haben wir das Teamfoto Von Franck Ranch Franck Ranch Haben wir die Spanier Mit Lamine Tschau mal Ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus Tschau mal Ja Oh ich meine der Hilfst du Lamine Tschau mal Hm Ich korrigiert mich So hier haben wir die Engländer Haben wir die Türkei Äh Niederlande Haben sie hier die besten Teams äh Nationen geholt So hier haben wir dann Spielplan Als erstes gegen Schottland Das habe ich ja Äh So Vorhersage Video Also short gemacht Dann geht's Ungarn Schweiz Deutschland Ungarn Schottland Schweiz Schweiz Deutschland Und Schottland Ungarn Ungarn So Italiener Und jetzt Jamal Jamal Musi So Da haben wir hier das Riesen Das Riesenposter Ich glaube das ist Würz Und auf der Rückseite Wer ist da drauf Sind das die Deutschen Jawohl Ein Riesen Aber ich werde es ja nicht aufhängen Ich bin ja nicht mehr so In den Jugend Alter Ja Da bin ich schon lange 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 raus Die meisten wissen ja wie alt ich bin Außer jetzt die neuen Abonnenten Die jetzt dazu kamen Durch den short gestern Vielen dank für eure abos Ich hoffe Ich kann euch Gerecht werden Mit den videos und shorts Kann aber auch schnell wieder Alle weg sein Aber Ich hoffe nicht Ich freue mich immer Wenn ich neue Zuschauer Dazu bekomme Planet Fußball Dann haben wir Bist du ein Lukaku Lukaku Ich glaube dem seine Zeit ist auch vorbei Oder Aber ist so ein wuchtiger Stürmer da vorne drin Könnte uns eigentlich auch gut tun Im dfb Dann haben sie dann hier noch so Kastels Die bräune Openda Ja Die haben bestimmt noch mehrere Dann haben wir dann hier noch Rumänien Dann haben wir die Slowakei Ah das Licht Die Slowakei So wir sind gleich am Ende Die Ukraine Ukraine weiß ich nicht Hm Wir werden sehen Wie weit die kommen Champions Quiz Zurück an die Spitze Portugal Ja CR7 CR7 39 Mit 39 Alter Guck mal Wie der aussieht Als wäre Was weiß ich 25 Oder so Oder Ja gut Nicht ganz Aber So die Ende Der 20 Ja Man merkt Dass der Viel Sport treibt Und sich gesund ernährt Äh Die Türkei Der Topstar Hakan Tchanalulu Wie haben die dann hier so alles Ada Güler Ja 19 Jahre Puh Ist der eigentlich schon Stammkraft von der Türkei Weiß ich gar nicht Aber der war auch eine lange Zeit verletzt Der soll ja jetzt Äh ich glaube den Pfosten Äh ich glaube den Pfosten Den Pfosten Äh nicht den Pfosten Sondern den Pfosten von Modric übernehmen Ich denke mal mit Toni Kroos zusammen Wir werden es sehen Äh Tschechien Georgien Georgien Hoffnung auf den großen Wurf Der große EM Powercheck Titelkandidaten Geheimfavorit Aha Wundertüten Wundertüten Und Außenseiter Wahrscheinlich die kleinen Länder Großes Instagram Ranking Die Kings im Netz Meiste Follower Wieviel hatten der Äh Wo steht denn das 628 Millionen Menschen Folgen CR7 Auf Insta Oh ja Der hat Keine Probleme Oh wer ist denn hier so Tätowiert Das sind die Tattoos Der EM Stars Crazy Tinte Ach das Licht Das nervt mich So geht's oder So ein bisschen halte Soboslayer Tattoos Alessandro Bastoni Marcelo Brozovic Raphael Leao Mütrig Oder Mütrig Äh Frank Was Aster Frank Keine Ahnung Rimaldo Toni Groß Kyle Walker Memphis Deepay Mh Ah Simon Kehr Noch Was haben wir hier Historische Deutschland Jerseys Tore Titel Und Tränen Ich habe ja kein Originales DFB Trikot Sondern nur das Von Check 24 Ich könnte mir Gar keines leisten Irgendwie So richtig Höchstens Vielleicht ein Gebrauchtes Oder so Weil die sind ja Schweine teuer Die Kacke Ja Und ich würde mir auch gar nicht Dieses komische Neue Da wollen Dieses Äh Pinke Oder was das ist Eure Trikot Favorites Also sowas Lass ich mir noch Äh Gefallen Aber das Andere Ne Das ist halt Geschmackssache Gehst du mit Ne Hier Das interessiert mich Überhaupt nicht Ah Hier geht der Punk ab Äh Punk ab Oh Leck Berlin Dortmund Köln Düsseldorf Frankfurt Schalke Leipzig München Stuttgart Hamburg Was haben wir hier noch Wie gut kennst du die EM Stars Wahr oder falsch Keine Ahnung Ich Willst du jetzt nicht Ehe schon so lange Das Video Aber Ja Deine Stars Hau Dann haben wir hier noch Ronaldos Big EM Moments Thomas Müller Versus Ronaldo Also Die zwei kann man noch nicht Vergleichen Er hat So Storchenbeine Und er ist Äh So sportlich Ja Egal Aber Müller ist Sympathisch Also Da kann man sagen Was man will Die Milliarden Mannschaft Die wertvollsten Stars In einem Team Kane Mit 110 Millionen Sacker Mit 130 Millionen Kimmich 60 Millionen Bellingham Mit 180 MPP 180 Wie alt ist der Überhaupt 25 Rodri Mit 110 Millionen Jamal Musiala Mit 110 Ruben Dias Mit 80 Mille Salibar Mit 80 Mille Theo Hernandez Der ja vielleicht Zu Bayern Und kommen könnte 60 Millionen Und Costa 45 Millionen Nur Gesamtwert 1,145 Milliarden So Die EM Im TV Ja 14.06.24 21 Uhr Schottland Gegen Schottland In München CDF Und Magenda TV Ja Das war hier die Special Bravo Sport Zur EM Jetzt gucken wir mal noch schnell Was hier so drin ist Ach Promopack So Jetzt kam ich auch hier drauf Promopack Ist das Oh Ich bin ja auch so blöd Hab ich da aus Versehen Egal Dänemark Lindstrom Wir haben hier Kasachstan Mit Orasov Und Tag Tagibergen Dann haben wir hier noch Polen Mit Tschechny Und Betnarek Dann machen wir noch schnell Die drei Booster hier auf Und überall Vier Karten drin Vielleicht ziehen wir noch Irgendwie Geilen Spieler Very nice Ach Hier haben wir die Franzosen Die Leider Hä Ach da ist noch einer Dahinter Was ist da los Okay Kunde Von den Franzosen Leider wegen der Lizenz Kein Original Trikot Haben wir hier Courtois Als Hero Hier hängen Schon wieder Oh hier haben wir Mac Cracker Von Schottland Ich weiß nicht wie man die Karten hier nennt Und da haben wir hier noch Ui hoi Was ist denn das hier für eine Karte Die ist ja immer geil Euromaster Pierre Emil Heuberg Elimited Edition Ich stepp Soll mal richtig lesen Limited Edition Da sieht das Also Ja Das kommt auch noch Ich habe mir noch mal Das Starter Pack geholt Gucken wir mal nicht Das euch zeige Moment bin ich wieder richtig Ich weiß es nicht Mir gefällt das wieder Sachen auspacken Gertruida Keine Ahnung Niederlande Dann haben wir Simon Pierre Als Captain Kader DeBast Von Belgien Und Da haben wir noch mal Eine Limi Marcel Zarpizza Stamm das vorne drauf Dass hier drei Limi Ist er weisend Oder was Ich habe das übersehen Keine Ahnung So Letzter Booster Das Video Geht schon zu lange Ich hoffe Das tut euch Nix Oh hier Granit Xhaka Als Centurion Ja Hier ist Eine umgedrehte Okay Okay Die zeige ich euch Am Schluss Wir haben Was ist denn das Albanien Dann haben wir Hier nochmal Eine Limited Edition Benjamin Zesco Oder Zes Ups Manchmal Die Namen Hier auszusprechen Und dann Kommt hier Eine Legend Karte Wow Fernando Torres Für die Spanier Was ist das Für eine Geile Karte Ja Nice Spiegelt alles Hier Ja Das war es Hier mit Dieser Spezial Bravo Sport 2,20 24 Ich hoffe Euch hat es Gefallen Lasst gerne Ein Däumchen Nach oben Da Und Falls ihr noch Kein Abonnent Von meinem Kanal Seid Dann lasst Kasten Sein Abonnent Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen